Moinsen, ihr Füchse und Füchseinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüßt euch wieder recht herzlich zurück zu Risen 3 Titan Lords. Die letzte Folge ist ja etwas unrühmlich und abrupt geendet. Aber wegen zwei Minuten, die noch über waren, habe ich mir jetzt gedacht, komm, startest du jetzt nicht nochmal die zwei Minuten aufnehmen, das lohnt ja gar nicht. Dann werden wir nochmal zum Boot geschwommen und dann wäre es zu Ende gewesen. Deswegen starten wir dann einfach direkt in die nächste Folge rein. Ja, wir waren eigentlich schon bis auf das Bötchen geschwommen, aber dann nach langer Zeit hat sich das Game mal wieder gedacht, heute mal nicht mehr mir. Das hatten wir aber echt schon lange nicht mehr, muss man sagen. Aber gut, passiert, ne. Da wollen wir nochmal. Schön war es ja auf dem Bötchen und so weit war der Weg auch nicht, das können wir verknusen. Let's go. Ist schon ein schönes Schiff, ich mag diese grüne Beleuchtung, die hat schon was. So, einmal bitte hoch da, jawollo, danke. Unten war da keiner, das heißt wir müssen nach oben, da wird er wahrscheinlich direkt am Steuerstand. Na mein Junge, was haben wir denn hier auf der Fregatte zu suchen, hm? Entspann dich, ich seh mich hier nur mal um. So, so. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du hier etwas zerstörst, klar? Zerstören? Äh, die Menschen brauchen euch da draußen. Ne, erstmal, wer hat hier das Sagen an Bord, ne? Wer hat hier an Bord das Sagen? Unser Kapitän ist in der letzten Schlacht gegen die Schatten gefallen. Also habe ich das Kommando übernommen. Du bist Krieger. Ich bin zwar kein Seemann, aber ein paar Matrosenbefehligen kriegt diese alte Feldherr noch hin, mein Junge. Die Schatten haben uns eine derbe Niederlage im Norden von Kalador versetzt. Das müssen wir erstmal verdauen. Solange wir nicht wieder zu unserer alten Stärke zurückgefunden haben, bleiben wir hier an Bord zwar wachsam, aber im Hintergrund. Wer ist dein Vorgesetzter? Wer ist dein Vorgesetzter? Ne, mein Junge. So läuft das bei uns hier nicht. Ich bin ein dunkler Krieger von Kalador. Wir kämpfen aus tiefster Überzeugung gegen die Schatten. Nicht, weil uns ein Seekarten wälzender Lackaffe im weißen Rüschenhemd den Befehl dazu erteilt. Aber wir haben natürlich unsere Helden und Leitfiguren. Eldrick, der Druide in der Zitadelle, ist einer von ihnen. Ein weiser Mann. Sein Wort hat großes Gewicht unter den dunklen Kriegern. Bin auch Fan von ihm. Die Menschen, die brauchen euch da draußen. Die Menschen brauchen euch da draußen. Eine Flotte von Geisterschiffen ist auf dem Vormarsch und sie machen keine Gefangenen. Das weiß ich. Doch was sollen wir machen? Eine Fregatte gegen eine ganze Flotte? Ohne einen konkreten Schlachtplan wäre das glatte Selbstmord. Und wenn ich einen Schlachtplan hätte? Und wenn ich einen Schlachtplan hätte? Du bist sehr hartnäckig. Mein zweiter Vornapp. Also gut, mein Junge. Überzeuge mich. Die Schatten sind überall. Auf dem Meer und auch an Land. Ich sitze hier in der Mitte und kann wieder vor noch zurück. Zeig mir einen Weg aus meiner Klemme. Und ich werde dein Rat befolgen. Aber keine Wir schaffen das schon oder alles wird gut, Sprüche. Ich will etwas Handfestes hören, klar? Hm. Ich denke drüber nach. Mach das. So lange werde ich hier weiter vor Anker liegen, wenn's recht ist. Ich würde sagen, alles wird gut, ne? Also Kalador ist erstmal befreit. Kalador ist befreit. Ja, ich hörte bereits davon. Das soll eine heftige Schlacht gewesen sein. Ja, das war sie. Ich war daran beteiligt. So. Dann bist du der Haudegen, von dem sie hier alle reden, ja? Reife Leistung, mein Junge. Respekt. Wir brauchen jetzt dein Schiff. Wir brauchen jetzt dein Schiff. Moment mal. Warte mal. Komm schon. Dein Land ist befreit. Jetzt brauchen wir euch in Antigua. Antigua? Warum ausgerechnet Antigua? Wir bauen eine Flotte auf gegen den Geisterkapitän und seine Schergen. Wir brauchen euch. Hm. Aber wehe, das Ganze hat keine ordentliche Struktur und Führung. Ich will nicht Teil eines wilden Hühnerhaufens sein, der sich blindlings in die Schlacht stürzt und dabei untergeht. Ähm, fahr erst mal hin. Den Rest klären wir später. Na schön. Du kannst auf mich zählen. Ich werde da sein. Wunderbar. Die Allianz ist damit abgeschlossen. So, dann haben wir jetzt nur noch die Piratenallianz und das Geisterritual. Jetzt ist die Frage, was machen wir vorher? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Geisterritual fertig. Du, haben wir nur noch Bergkristall. Wir nähern uns wirklich dem Ende. Also, auf geht's. Oder machen wir erstmal die Piratenallianz? Ich mach mal erstmal die Piratenallianz. Ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen, äh, lass uns mal eben auf unser Schiff zurückkehren. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Bei uns? Nein. Niemals. Ich geb jetzt auf. So, wir gehen jetzt nach Antigua. Warum immer Antigua? Quatschen wir nochmal mit Alvarez. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ich würde sagen, eher weniger. Weil die wollen eh nix von mir. Die sagen nix mehr. Die sagen nur noch, jip, jip. Zum Hafen. Dann schnacken wir kurz mit ihm. Und sagen dem guten Alvarez mal eben Bescheid. Dass wir jetzt alle soweit versammelt haben. Dann kannst du nämlich auch weitergehen. Moin. Moin, ich bin's. Wie geht's dir? Also, weniger Piratenallianz, ne? Mein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Also, die Dämonenjäger sind jetzt auch mit am Start. Die Dämonenjäger von Kalador stehen auf unserer Seite. Dämonenjäger? Hm. Und du glaubst, die können uns helfen? Ja, sicher. Sie haben in ihrer Kultur ein umfassendes Wissen über die Titanenlords gesammelt. Hm. Kalador. Noch nie von ihnen gehört. Sie können sehr überzeugend sein. Und sie haben starke Krieger. Gut. Wenn du sie für stark genug hältst, um unsere Sache voranzutreiben, dann sei es so. Hier hast du Gold für die Versorgung der Truppen auf der Dämonenjäger-Fregatte. So, haben wir jetzt nicht langsam mal genug Schiffe für unseren kleinen Angriff, oder was sagst du? Haben wir nicht langsam mal genug Schiffe im Hafen? Die Stadt quillt ja bald über. Eine stattliche Flotte hast du da. Soll mich der Teufel holen, wenn wir damit nicht etwas ausrichten können? Setzt eure Segel und stellt euch dem Kampf gegen Crow und seine Geisterschiffe. Dazu müsste ich erst wissen, wo ich Crow finden kann. Du hast schon schwierigere Dinge geschafft. Ich glaube an dich. Du bist nun der Anführer einer mächtigen Flotte. Du wirst sie in die Schlacht führen. In einen Kampf auf Leben und Tod. Und viel Glück, mein Junge. Dankeschön. Also, das geht dann jetzt hier wohl erstmal nicht weiter. Dann geht's jetzt wirklich auf nach Kila. Das Geister-Ridual. Los geht's. Zurück zum Schiff und ab nach Kila. Kila, Kila, Kila. Dahin. Alter, Leute. Komm mit Bones. Sicher. Sicher. Wo müssen wir denn hin? Wir treffen uns hier unten. Ja, dann mach ich mal eben hier. Hier unten hat sich das Schattengezücht also verkrochen. Schön verborgen vor allen Blicken. Schattengezücht ist auch ein schöner Name, ne? Wo geht das denn jetzt hier raus? Da lang. Ja, hier ist das Schattengezücht, ne? Schön im Dunkeln. Verborgen und einsam. Allein. Fernab. Neugieriger Blicke. Oh, ich mag die Soundeffekte. Das ist einfach nur herrlich. So, seid ihr alle bereit? Wo ist denn der gute Eldrick? Sag halt. So, wir sind fast soweit, mein Freund. Nun werden wir das Ritual beginnen. Bist du bereit? Nein. Aber fang schon mal an. Ich habe eh keine andere Wahl. Das wird schon, mein Junge. Stell dich in die Mitte. Gleich ist es soweit. Wir haben uns heute zusammengefunden um den Geist dieses bemitleidenswerten Geschöpfes. Jetzt mach schon. Gut. Du hast schon zu lange gewartet. Lass uns mit der Zeremonie beginnen. Halt still, mein Freund. Negrui Mortar Delirum Ignaro Elagon. Wir rufen dich, Geist. Höre unseren Ruf. Ignaro Elagon. Ignaro Elagon. Endlich. Endlich ist es soweit. Nur allzu lange warte ich schon auf diesen Moment. Nur durch deine Hilfe konnte ich nun die mächtigsten Zauberer auf einem Haufen erwischen. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Nicoloth. Ich bin der, der dich begleitet. Und das schon seit langer Zeit. Ich war da an dem Tag, an dem dein Leben entschwand. Ich werde da sein, wenn es sich wieder mit dir vereint. Und wer genau bist du? Verschwinde, du Idiot. Aber das passt mir gerade gar nicht. Aber das passt mir gerade gar nicht. Ich habe hier gerade etwas Wichtiges zu erledigen. Ja, richtig. Du hast mir hier einen großen Dienst erwiesen. Was redest du da? Du hast geschafft, was sonst keiner geschafft hätte. Du hast die größten drei Zauberer der Südsee an diesen Ort gebracht. Jetzt musste ich sie nur noch pflücken. Wie eine reife Frucht. Beachtliche Leistung. Weil man bedenkt, dass du eigentlich nur noch eine leere Hülle bist. Was hast du mit ihnen gemacht? Was hast du mit ihnen gemacht? Alles ist so gekommen, wie ich es vorausgesehen habe. Aber das Ritual? Alles nur, um mich von meinen Fesseln zu befreien und um mich hierher zu bringen. Eldrick hat... Ich habe die alten Schriften und den Ritualzauber manipuliert. Ich habe deinen Geist genommen und dich auf deine Mission geschickt. Ich habe einen Spitzel in deine Crew eingeschleust, der dich und die drei Zauberer hierherbrachte. Mit ihrer Hilfe werdet ihr alle schon bald Zeugen meiner großen Manifestation sein. Dann werde ich mir holen, was mir gebührt. Damit wirst du nicht durchkommen. Das bin ich doch schon. Niemand wird mich mehr aufhalten. Auch du nicht. Besser für dich, wenn du es möglichst schnell begreifst. Verlorener. Nein! Nein! Was war das? Wer ist denn hier der Spitzel gewesen? Wer war das? Meldet euch, Bones. Du warst das doch nicht, oder? Das würde mich sehr enttäuschen, wenn du das gewesen wärst. Ja, das war mir da richtig scheiße gelaufen, ne? Kapitel 4. Ist Amargo-Lot irgendwie die Mutter von Necro-Lot? Ich hab Fragen. Was sollte der Mist? Was ist da schief gelaufen? Ich habe getan, was du von mir verlangt hast. Ach ja? Ich dachte, du schirmst deine Höhle gegen Angriffe von außen ab? Du hast deinen Feind über meinen Schild gelassen, kleiner Mensch. Deine Zauberer führten deinen Zauber aus, der Necro-Lot herbeirief. Gegen etwas, was von innen kommt, ist mein Schild machtlos. Das ist großer Mist. Ja. Aber es ist dein Problem. Mach es nicht zu meinem. Tja, Boss. Ist umgelaufen, aber hey, es hätte schlimmer kommen können. Ach ja? Immerhin lebst du noch. Bist du der Verräter in meiner Crew? Hast du diesem Dämon-Necro-Lot zugespielt? Nein. Aber ich habe einen Verdacht, wer es war. Wer? Ich habe Horas des öfteren Nachts heimlich von Bord schleichen sehen. Er war manchmal stundenlang weg und kam danach ziemlich fertig wieder zurück. Außerdem habe ich in Erfahrung gebracht, dass er auf allen Inseln, die wir bereist haben, schon früher mal gewesen ist. Auch auf Kalador. Ich möchte wetten. Horas hat den Zauber Necroimotar dort platziert, wo du ihn gefunden hast. Ich mochte den eh nicht. Und wann wolltest du Schwachkopf mir davon erzählen? Ja, warum hast du denn dich vorher was gesagt, Junge? Und wann wolltest du Schwachkopf mir davon erzählen? Tja, andere Dinge waren immer irgendwie wichtiger. Wenn du Horas erwischen willst, musst du dich beeilen. Er ist nicht mehr an Bord des Schiffes? Nach der Ritualgeschichte? Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich möchte wetten, dass er schon wieder auf dem Weg nach Taranis ist. Wie kommst du darauf? Ich habe ein Gespräch an Deck belauscht, wo er über den Reaktor der Magier sprach. Er hat irgendwas damit vor. Und was? Ich fürchte, er will ihn sabotieren oder anzapfen oder... Was weiß ich? Ich bin kein Experte. Wir sollten uns einfach beeilen und General Magnus warnen. Eine Sache wäre dann noch... Was denn? Ich habe gerade echt nicht so viel Zeit, ne? Was denn? Wenn wir schon zu Magnus gehen, solltest du ihn mal nach einer Beförderung fragen. Ich habe gehört, dass er dich als würdig erachtet, den Rang eines Generals zu tragen. Würde ich wohl mitnehmen. Wer oder was zur Hölle ist denn dieser Necrolot? Wer oder was zur Hölle ist dieser Necrolot? Ein Dämon aus dem Schattenreich. Vielleicht sogar ein Titanenlord. Wenn er die ganze Sache hier geplant hat, ist er äußerst gefährlich. Er hat meinen Geist. Nicht nur den. Er hat das ganze verdammte Schattenreich auf die Menschheit gehetzt. Der Geist von Captain Crow steht mit Sicherheit ebenfalls unter seiner Fuchtel. Was können wir tun? Die einzige Spur, die wir zu Necrolot haben, ist Horas. Wir müssen diesen miesen Verräter erwischen und ausquetschen. Dann wissen wir mehr. Das Geile ist, ich wusste davon echt nichts mehr. Na gut, dann komm mal mit. Komm mit. Ja. Ja. Gut, dann quetschen wir jetzt erstmal Horas aus. Dafür müssen wir zunächst einmal zurück aufs Schiff. Ich quatsch jetzt nochmal mit der Crew, wenn wir eh schon dabei sind. Nichts. Nichts. Wie sieht's aus bei dir? Alles gut. Ich werde mein Bestes geben, Captain. Okay, Horas ist ja nicht mehr da. Sadek, der ballert sich ja eh nur achtarmig einer rein. Da passiert auch nichts mehr. Und ich denke auch mal, der Kleine hier wird auch nichts mehr haben. Aber wir machen es jetzt noch einmal. Okidoki. Yep, yep. Na dann auf zum Reaktor, würde ich mal sagen. Let's go. Quicksafen und los geht's. Bones, komm mit. Komm mit. Sicher. Dann. Alter Glanz. Bones hat dir gerade mit mir geblieben zu lassen, in den letzten Rang aufzusteigen. Machen wir das doch mal, wenn wir eh dabei sind. Let's go. Dann werden wir endlich General Bergfrühling. Das wollte ich die ganze Zeit schon werden. Endlich wird es um uns herum überfahren. Frisch und fröhlich duften. So, auf geht's. Moin. Denk dran, nicht mit Schuhen reingehen, sonst gibt's Ärger. L.A.G. gibt das dann. So, dann schnecken wir mal mit ihm. Wie sieht das aus mit so einer Beförderung? Wenks Beförderung. Ich frag von Freund. Magnus. So, bin ich bereit, befördert zu werden? Frag einfach nur. Bin ich bereit, befördert zu werden? Lass mich überlegen. Hm. Du hast wirklich einiges für unsere Gemeinschaft getan. Und angesichts der Umstände, in denen wir gerade stecken, können wir einen weiteren General gut gebrauchen. Ich denke, ja. Du bist bereit. Gehe zu Gordon. Er soll dir eine Generalsrüstung überreichen. Ohne die ist es dir nicht erlaubt, dich General zu nennen. Alles klar. Du, es gibt einen Verräter unter den Wächtern. Es gibt einen Verräter unter den Wächtern. Verräter? Was redest du da? Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Horas, einer deiner Kadetten, den Reaktor sabotieren will. Horas? Den hab ich doch noch vor einigen Minuten. Ja, richtig. Er ist den Nordweg runter zur unteren Reaktorplattform. Danke. Das wollte ich wissen. Da gehen wir gleich mal hinterher. Aber erstmal holen wir uns die Generalbergfrühling-Rüstung, ne? Wehe, die ist nicht blau oder so. Das erwarte ich jetzt irgendwie so ein bisschen. Schauen wir mal mal. Du, 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 du. Oh, Gordon, ey. Wie sieht das aus? Kannst du mir so eine Generalrüstung eben rüber meddeln? Ich will mir meine Generalsrüstung abholen. Haben sie dich tatsächlich zum General gemacht? Wie? Hätte nie gedacht, dass du es mal so weit bringen würdest. Hier, nimm sie. Du hast sie dir verdient. Dankeschön. So, dann, äh, tschüss. Wie sieht sie denn aus? Ist sie denn geiler als die andere, die wir da hatten? Körper, Generalsrüstung, 25, 25. Die schwere Rüstung ist tatsächlich bei Magie sicher noch einen Ticken besser. Aber da die nicht so gut passt, lassen wir das mal eben, ne? Lassen wir das mal sein. Beim Kopf könnten wir natürlich jetzt noch den schweren Helm nehmen. Aber auch das einfach nur für die Optik. Lassen wir das mal einfach so. Wir laufen jetzt hier schön als General rum. So lobe ich mir das. So, dann machen wir uns mal auf nach unten zu so einem kleinen Fahrräder, ne? Los geht's. Hier wird sich ein bisschen Staub abgeklopft. Gönnt ihr? Tja, verrückt. Den Twist hab ich echt nicht kommen sehen, muss ich wirklich sagen. Und ich hab's ja schon mal so weit gespielt, aber wusste ich nichts mehr von. Tja, wusste ich nichts mehr von. Dass wir da so ein Ja-Hahn ist so gut. Oh, scheiße, jetzt bin ich auch noch in die Katzin reingelatscht. Ah, warte mal kurz. Du kommst zu spät. Wir sind bereits begonnen. Schluss damit. Du wirst mich nicht aufhalten. Necrolon gab mir die Macht. Die Macht der Titanenlords. Das sah sehr gut aus. Und da spaziert er ganz hier müdlich und casual weg, ne? Uh-oh. Ja, das sieht nicht so gut aus. Wacht auf! Hey! Wo? Horas? Hinterher, oder was, ne? Wird dieses Ungedüm? Werden dir nur diese Energiequellen helfen? Ja, geil. Meine Lieben, wir machen jetzt, ich weiß, das ist richtig fies, aber wir machen jetzt trotzdem kurz einen Break, denn ich muss aufs Club. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet uns soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal die Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder zu diesem wunderschönen Bosskampf. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Persön. Ja.